Was geht ab Leute, mein Name ist Seiko und willkommen auf meinem Kanal. Leute, die Weekend Belohnungen sind jetzt da und wir werden heute zwei Weekend Belohnungen aufmachen. Und zwar einmal auf meinem Account und einmal auf Osans. Ihr fragt euch, wer Osan ist. Osan ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und von Jian. Und er meinte zu mir, Seiko kannst du heute bzw. die Woche meinen Packs öffnen. Und ich meinte, klar, natürlich. Und Osan ist auch ein Top 100 Spieler. So Leute, ich muss was gestehen. Denn leider hat mein Elgato ein bisschen verkackt. Osan hat die Top 100 natürlich geschafft. Er war 58. bzw. er ist 58. Und ja, mein Elgato hat ein bisschen abgekackt, sage ich mal. Ich habe schon ein Pack geöffnet und ich zeige die Spieler erstmal. Und zwar, wir haben Oblak, Thiago, Pastore und so weiter gezogen. Ich zeige euch mal jetzt. Und so Leute, wir werden noch drei weitere Packs ziehen. Und zwar zweimal Jumbo, seltenes Spielerset und einmal Team der Woche Set. Und ja, wir machen mal einfach weiter. So Leute, wir werden jetzt weiterziehen. Und ich hoffe, wir haben jetzt Packlack. Und los geht's. Und wird kein Walkout leider. Und wir ziehen hier RM Spanien, Vitolo. Ja, und wir gucken mal weiter, was wir so gezogen haben. Und ja, nichts Besonderes. Leider, wir gucken mal bis jetzt. Wir gucken mal weiter. Und, und, ja, nichts Besonderes. Die kommen natürlich auch einfach alle in den Verein erstmal. Ich hoffe, wir ziehen jetzt was krass ist. Und, ich dachte, ein Walkout. Aber leider nicht. ZM Barcelona wird Arda Turan. Und weitere Spieler. Gucken wir mal. Ter Stegen ist auch am Start. Kantei 83, sehr, sehr gut. Sterling. Ja, wir haben schon ein paar Spieler hier gezogen. Aber nichts Besonderes leider. Die kommen mal auch jetzt in den Verein. Und gleich geht's los mit Team der Woche. So Leute, ich bin so gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, wir ziehen. De Bruyne oder Di Maria. Ich hoffe, jetzt schreibt mal unter den Kommentaren. Oh, san Packlack. Und los geht's. Und, oh mein Gott, wird ein Walkout. Okay. Okay, und. Oh. Spanien. Isco, ne? Okay, sorry. Isco ist schon krass eigentlich, oder? Ozan, ich hoffe, ich habe was Gutes gezogen für dich. Oh, wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, krass. Isco Di Maria. Oh mein Gott. Das ist zu krass. Komm, Pelino. Oh. Ozan, das ist zu krass. Jungs, einfach Hashtag Packlack. Krass. Isco Di Maria. Kompanier. Es ist zu krass. Ich hoffe, ich habe auch Packlack. Jungs, falls ihr meinen Livestream gesehen habt. Ich habe die Woche die ganze Zeit gestreamt. Und wir haben 29 Siege erreicht. Zusammen. Und das heißt, Elite 3. Ich werde auch halt drei Informs ziehen. Und wir switchen mal jetzt rüber zu mir. Let's go. Leider seht ihr die Aufnahmen nicht, wie ich die Packs gezogen habe. Weil mein Elgato wieder mal verkackt hat. Es tut mir wirklich leid. Ich habe ja Elite 3 geschafft. 70.000 Münzen. Ein Jumbo-Seltener-Spieler-Set. Und Premium-Team der Woche-Set. Also wir haben drei Informs gekriegt. Leider war es auch kein Warcode. Ich zeige jetzt euch die Spieler, was ich gezogen habe. Und zwar haben wir Trap gezogen. Demirbay und Sabata. Leider, leider. Wir haben ja 29 Siege erreicht. Halt im Livestream. Und ich werde die Woche wieder streamen. Ab Freitag geht es wieder los. Bis Sonntag. Seid auf jeden Fall dabei. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und vergesst nicht, Leute. Osans Facebook abzuchecken. Unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt von ihm. Und natürlich auch von mir. Folgt mir auf Instagram und Snapchat. Es ist sehr, sehr wichtig. Und abonnieren auch nicht vergessen. Einfach mal auf die Glocke klicken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.